Es gibt ein Flecker von Blut auf dem Divan in unserem Zimmer. Er hat ein Moskito getötet. Er sieht Träger aus Blut. Ein Moskito. So, es ist ein Schutz für das ganze Haus. Ich hoffe, der Rekorder ist auf. Ist es auf? Nein, cut this a minute. Was ist es, Karin? Feeling gut? Das ist gut. Kann man mentalen ein Chakra öffnen? Nein, es ist nicht möglich. Mit Mantras? Ja, mit Mantras du kann. Ist es die andere Weise? Nein, es ist nicht die andere Weise. Nein, es ist die andere Weise. Mentally, du kannst nichts tun. Du kannst du eine Sache, du kannst du eine Sache machen. Du kannst du eine Sache machen, du kannst du eine Fülle ausstattet. Das ist nicht möglich. Das ist möglich. Das wird besser. Das ist gut, Herr. All right? If you learn this, you'll be totally all right. There's one lady sitting next to you, she's much older than you, and she's also to learn the same thing. How are you? It will be all right here. It will be a nice iPhone. Don't you worry. See, when we do something for the service of God, we don't feel the stress. When we do something for ourselves, we feel the stress. So it's a mixture, you know. But it's a lesson. And every lesson makes us grow bigger than we were. And this is the blessing of being tested and going through this kind of lessons. I'm happy you're with us. No, no. I'm happy you're with us. OK. So, it was nice meeting all of you. . 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 Vielen Dank.